hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren auf wir sind todernst heute wir spielen mein kleiner wir spielen nicht wir exerzieren minecraft und suchen dinge und ihr sucht dinge hüpft nicht so doll da über diesen büsche die tun weh nicht warum nicht die büsche mit wirst du schon wieder unsichtbar jetzt ist karten an sich du siehst mich haben das bei mir unsichtbar der unsichtbare heute auf wert hier jetzt krieg ich keine energie mehr hoch wo geht es hier geht es raus aus euch schütteln das gibt es nicht was es mir kriege hier seien fluch ja ich will doch eigentlich nur so ein blödes dinge haben ich fliege mal hier sind wir so ein bisschen fehl am platz das ganze gold ist kann ich fast nicht liegen lassen was ist mit unserem ersten minecraft lp geworden wo ist meine portal gun hin ach da ist sie ich habe es gekocht und gegessen und gegessen weißt du jetzt was ich jetzt mache kochen und essen keine ahnung nein nehme die kiste mit jemanden was für kisten moment die beiden stand ich weiß nicht ob ich die kiste schon mal hatte brauche skelett hallo dann nehme ich die kiste ganz anders mit ich habe gerade 22 diamanten gefahren nach mir jemanden was ist da drin da glaube ich sind auch manchmal solche teile drin aber ich habe gerade den us die kiste nicht immer manchmal der ich zum beispiel verdammt ich hätte das vielleicht markieren soll wurde oder wisp war weil da war auch eine kiste und da habe ich mich nicht hingetraut weil der wisp da stand doch eine axt oder so wenn du von der base aus richtung westen ziemlich genau richtung westen gehst dann findest du so ein wisp versteck mit kiste bin jetzt gerade genau nördlich geflogen egal warum warum fehlen die nun ich hab sie gekocht und gegessen das musste jetzt sein ja das musste jetzt sein was denn tschuldigung ich hab's gekocht und gegessen ja sota hört es nicht weil sota mich gemutet hat ach so er hat wahrscheinlich irgendeinen sound abgespielt ja hast du den auch ach so äh nee hätte noch kuchengeschmack hätte ich noch kuchengeschmack warte mal by the way ich bin in einem extreme hills bayern kuchengeschmack warte warte kuchengeschmack wo ist er denn alle warten gespannt äh warte jetzt versaut das ich finde ihn grad nicht ich sag doch er versauts äh und das nächste mal schalten sie wieder ein wenn lox den richtigen knopf gefunden hat knöpfe suchen gleich ich hab den kuchen gemacht oh junge was für geschmack denn kuchengeschmack kuchengeschmack oh junge was für ein geschmack denn kuchengeschmack war günstiger bei aldi da kommt ja mehr wenn man nach westen läuft tja was mach ich jetzt hier ich glaube ich bin immer noch auf der suche weil ohne das ding kann ich kann ich nicht weiter machen das ist ja ich suche nein ich suche gerade immer weil es von autospauner ja und ich ich tue dinge ich habe mal wieder 40 diamanten dabei ich möchte nicht wissen wie viel ich insgesamt auf dieser reise schon gesammelt habe tja tja ich glaube diese mine schon wieder so viele schweine hier das ist ja ihr schweine ihr schweine ihr schweine habt kennig getötet oh hier ist ein eingang nee kein eingang böse eingang lava eingang direkt vor mir ist eine schlucht oh ich habe hier einen eingang ah guck mal da da auzen aluminum nämlich auch aluminum dungeons können ja in verschiedenen tiefen sein ne ja klar die können sogar fast deswegen gehe ich gerne in wüsten in wüsten siehst du sie sehr gut weil da einfach dieses typische loch ist im sand das typische loch äh wird gemeint oh die katze spinnt gerade recht wie die gonzalez katze äh nie ui uran scheiße verdammt ich wusste doch der block geht verdammt schwer kaputt hu 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 alter hat es mich jetzt gerissen oh gott äh im extreme hill spion gibt es ja ähm silberfischsteine ja die geht schneller kaputt wenn du sie mit der hand abbaust richtig ja ich hätte es merken müssen mit der spitzhacke ähm der stein geht schwer nicht abbauen da da ist noch so einer ja hm oh was ist hier seltsam normalerweise kommen da noch mehr da ist noch einer mhm 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 ich habe eine schlucht gefunden endlich mal ich habe noch eine mine gefunden aber die kommen nur raus wenn man eine abbaut oder äh normal schon so weit ich das noch weiß so vielleicht gibt sie hier irgendwo was noch mal drei höhereingang oh warte für die vierte schlucht oh hat es mich gerissen ich glaube ich bin zu tief für die schlucht moment zu tief für die schlucht ich bin grad auf 15 am boden der schlucht ja nein wegen lava und so was jetzt ja oder nein wegen lava ja äh nein äh du weißt schon bitte entscheid sie sich jetzt nö morgen nicht nö einfach einfach nein 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 weil nein nein weil nein weil es so aus gründen so wie immer halt ja i found a schlucht da 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 oh ok ich hätte doch noch ein bisschen tiefer gekonnt servus ist dir was los nein warte doch nicht die hätte defa gekonnt genau das suche ich da 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 zwei diamanten foodcans safarinet tracks yay viele habe ich bekommen vier aus einem einzigen ey das reicht mir schon ich komm oh ich komm doch noch nicht zurück da ist noch einer was macht zut eigentlich was sucht zut emeralds suchen und ich hab sie gefunden ey weißt du wie selten die sind ich hab echt glück wir können ja mal Dorfbewohner ach deswegen wolltest du Dorfbewohner haben richtig ich brauch diese emeralds für den autospawner den ich mir jetzt aber eigentlich kann ich hier auch hm ein portal hinsetzen was meint ihr hm hm und was ist mit meinen matrix dingern und was ist mit meinen matrix dingern ja vielleicht gibt es ja auch einen spawner ich habe ich hier noch gar nicht umgeschaut aber ich will jetzt dieses portal machen Manno warte nach oben noch eins offen hier fest hallo creepy hilf mir mal danke ähm das skelett hat grad die fliedermaus abgeschossen ok fliedermaus hat mich gerettet vor dem Fall es war mein bester voll i'll be back hattest du ein zubat als pokémon zubats mochte ich nie ähm handy hab ich immer vermieden vor allem in diesen scheiß höhlen oh kater überall ja wovon labert er glaub ich du bist nur zwei du bist nur zwei schritte weit gegangen und dann schon wieder ein zubat greift an ja und die haben alles so komischen wie heißt element gehabt wo ich eigentlich nie ein pokémon hatte das wirklich effektiv dagegen war ja Andy wir reden über pokémon ich weiß doch du hast doch gefragt was unsere lieblings pokémon sind und äh und club hat darauf geantwortet einmal mit turtok und einmal mit zoompecs wobei zoompecs ja eigentlich äh aus der zweiten generation ist und du eigentlich die einschränkung auf erste generation gemacht hast das zählt also nicht aber er steht auf wasser pokémon wie es ausschaut weil zoompecs ist ja auch die dritte form des äh äh wasserstarter pokémons von kanimani oder was äh hä? kanimani sagt mir auch noch was kanimani war im äh äh silber und gold genau in der zweiten generation des wasserstarter pokémon ja autospawner kanimani fand ich auch noch lustig aber das danach war und feurigel feurigel ja feurigel ja feurigel ja feurigel war auch cool lass mich los du blödes spinn ach ich bin noch blöd äh huch ich muss grad gucken wieviel neterwarzen ich habe die kann ich tatsächlich auch in den genera- oh gut in den georeaktor schmeißen ich glaube ich verlasse jetzt mal diese minen hier die minen vom ich habe eine coole schlucht gefunden da gibt es bestimmt noch mehr emeralds nur so nebenbei ich habe gerade ein problem englisch noch bis zwei stück glaube ich habe einen kopfschwede eingesammelt hat sache noch zombie ja ich glaube das lasse ich erstmal durchlaufen oder hm noch einen kopf und keine fackeln mehr scheiße nein da und ich habe gerade sämtliche kohle ja ins ding ins system geschmissen die ich dabei hatte hmm 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 die katze spinnen hmm viel wissens hmm määäh Aber jetzt haben wir wahrscheinlich keine Energy Cell mehr übrig, oder? Äh, nein. Oh, oh. Äh, Spinspawner. Spinspawner. Der Spawner mit dem Spannfieler. Nö. Nur wenn's tolle sind, aber was soll ich mit dem Spinspawner? Böse Spinspawner. Spinspawner. Nö, immer noch nicht. Bin ich mir ganz sicher. Ich spau mal wieder vor. Okay. Was denn? Sind wir denn nicht cool genug? Hab ich nicht gesagt? Das Terminal steht so weit weg. Brauchst längere Arten. Achso. Ja, nee, sie stellt sich immer gerne aufs Chargepad und arbeitet von dort aus. Ja, hallo, ich muss eigentlich noch voll viel Energie aufladen, aber... Äh, hast du kein Wireless-Ding? Ja, aber da kann ich nicht nebenbei noch craften. First World Problems. Ja. Schon. Aber es ist richtig hart. Wenn ich denn erstmal völlig aufgeladen bin, ist es mir ja wurscht. Egal. Ich glaube, da habe ich jetzt einfach geradeaus hoch. Ich will hier nicht mehr sein. Ich will doch nur ein Dungeon. Was willst du? Ein Dungeon. Geh da mal in die Schlucht, die ich gefunden habe. Vielleicht ist da was. Hast du ein Portal gesetzt, Sophie? Na klar. Blauer Slime. Will ich jetzt? Achso, füllen. Ah, cool. Ich habe gerade wieder meine Jazzmusik drauf. Nicht spielen Sie bitte, Jillinge Jazz. Ranjit, spielen Jillinge Jazz. Ranjit, spielen Jillinge Jazz. Hilfe. Hilfe. Zu viele Skelette. Too many Skeletten. Dachte ich mir auch gerade. Hallo, hört das auch mal auf? Ach, das ist doch. Und da ist noch einer. Creeper. So. 1.500 Reichtschuh. Okay. Grund und aus bewahren. Katze spinnt. Ja, Katze spinnt. Katze spinnt. Katze spinnt. Lieber spinnt sie jetzt als was macht. Das stinkt. Dann mache ich mir jetzt noch ein Tesserect. Ganz einfach. Ganz frisch. Topf direkt von der Quelle aus. Aber ich will doch nur so ein Logikteilprogramm-Dingens haben. Ich suche. Ich suche. Huch. Sehr freundlich. 1. Der Bausch noch krumm, duit. Oh Gott. Ich hoffe, das tat weh. Hey, hier sind du. Nein, nein, nein. Wo ist das? Oh. Meine Level habe ich auch verloren. Ich sehe auf der Minikarte so ein kleines Viereck. Als ob es vielleicht ein Dungeon sein könnte. Moment mal. Ich weiß aber nicht, ob das passt. Aber ich muss jetzt mal hin. Gehen wir müssen hin. Ist meine Tasche wieder voll, oder wie? Warum brauche ich das? Das. Oh. Ich habe Skelettschädel. Und drei Zombie-Köpfe. Schon wieder. Ah, ein Zombie. So, was lasse ich zuerst spawnen? Dinge. Ah, scheiße, bin ich zu hoch damit. Äh. Hö! Das kann es doch nicht sein. Ich muss... Dickman! Wie kommen wir später? N, 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 N. Oh, jetzt habe ich den Fehler mal ausgeschlagen. N, N, N. Äh, wir können die Folge... Ein Herz! Folge. Bei Vlogs ist es uninteressant. Also, ja, Folge. Okay, dann, äh... Malo! Sehen wir uns, äh, beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao! Bis dahin, tschu! 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 Vielen Dank.